Er hat sofort die Leiche von Chris zu untersuchen und zu sehen, dass es Atta war. Ja. Ich hab ja gesehen, dass er da angeschossen wurde. Er hättest direkt mitgeben müssen. Und warum wurde auf mich einfach so wild rumgeballert, als ich da so ein Auge... Weil ich gesagt habe, dass es du wahrscheinlich bist. Nee, hab ich gar nicht. Warte mal. Nö, haben wir einfach so gemacht. Oh, ich bin D-T. Ja, der Dings, der DJ ist auf den geschossen. Dann hab ich auf den DJ geschossen. Und dann hast du irgendjemand anderen... Was ist das hier? Ey, nicht auf mich schießen! Du hast ihn abgeknallt. Ist mir egal. Ja. Oh Gott. Able ist 1000, ey. So, deine Bursche, was du denn rum? Sieht mir echt geil aus, muss ich sagen. Also, wenn du da hinten so geil rumstreckst, ey. Warte mal, muss ich nachholfen. So. Wir wollen das hier nicht verbessern. So, was hätte ich denn gerne. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, ich geh auf, ich geh auf, Alter. Ich, ich... Gucke, oh, ich bin D-T. Guck in den Shop rein, bau, bau, bau. Und ich drücke... Ey, Dennis, drankommst du nicht einmal campen, wie du es immer tust wesse? wenn ich die was ich mein benutzt ja dann kommt dennis aber sonst kämpft dennis immer rum ich quatsche noch so vorwiegen der letzten runde die zeit tot wer war das gewesen ich meine güte so eine coole map und ich bin immer ja komm ich hab da verlierst du kamer okay kann ich nicht wegwerfen ich habe auch die waffe geschossen kanaki ach so kann ich weiter hört auf das ist doch voll langweilig feigen hühner das dunkel scharf auf doom ja und darum steht ich muss weg dann habe ich wenigstens ein grund nicht abzuknallen warte bist du gleich mit dem ich gerade hier ja ich bin hinter dir ja dein baby du hast leider nur noch ein haben lieber das übel so viele fragen ach ich hatte nur noch 88 alle auf morgen macht das für einen traiter ich gerade leicht oder ich gehe jetzt weg ok warte was kann der zappel als jalla soldat kann man sein lebensschild also ich gehe in die wand ja wieso sollst du auch schießen ja 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 wo seid ihr auf dich schieße ich jetzt harte harte lass mich in die uhr wenn ich sterben ist es harte harte schließt auf mich durch die tür auf die tür hat geschossen aber wieso hast du den abgeknallt Da hast du den abgeknallt. Hier liegt ne Leiche. Ja, ich soll mich lieber umbringen. Hallo Blackzone, ich... Nee, hier liege ich. Mit ner Clarion, mit ner FAMAS. Wer hat denn ne FAMAS in der Hand? Ich muss aufs Klo. Er nicht. War tatsächlich schlau genug die wegzuschmeißen? Verblende ich. Wett bei euch, lasst mich in Ruhe. Hau ab! In meiner Tastatur hat gerade den scheiß Wegknopf nicht gespielt. Ja, ja. Ohne Spaß jetzt. In Ruhe. What? Ich soll... Ich kann nie. Ich kann nie. Was willst du von mir? Bist du ein Header? Nein. Darf ich den Header geben? Nein, darf ich nicht. Nein. Ah, ich will! Interessiert mich nicht, was du willst. Chris, guck mal auf die Leiche von Atta. Willst du noch sehen, wer das war? Kannst mal auf, wenn du oben springst? Ich steck dich auf. Hier, guck dir den mal an. Ah! Bad Boy! Ah! Bad Boy! Das ist ein Header! Ja. War Dete. Äh, war... ... 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